Ein herzliches Willkommen bei Cooles zum Kauen. Unser heutiger Podcast ist ein Podcast in ganz eigener Sache. Es geht um die Rinder als ganze Tiere der Schöpfung. Es geht um die ganze Kuh. Wir in der Nutztierhaltung nehmen unseren Rindern häufig aus Arbeitsschutzgründen die Hörner weg, beziehungsweise haben sie genetisch schon so weit beeinflusst, dass den Tieren keine Hörner mehr wachsen. Im frühesten Kälberalter werden den meisten Tieren die Hornansätze weggebrannt. Und ich möchte einfach heute einen Podcast für das ganze Tier einsprechen. Das Rind, die Kuh als ganzes Tier mit Hörnern und einfach zu den Hörnern einiges Wissenswertes und Bemerkenswertes erzählen, um euch einfach mal ein wenig neugierig zu machen, was die Hörner für die Kuh bedeuten. Im Anhang zum Podcast ist ein Informationsblatt zu den Hörnern des Rindes von mir zu eurer persönlichen Verwendung und der Link zu drei Broschüren des Forschungsinstitutes für biologischen Landbau, dem Fibel. Die Bedeutung der Hörner für die Kuh, Haltungssysteme für horntragende Tiere und erfolgreiches Rinderhandling wahrnehmen, verstehen, kommunizieren. Hast du dich schon einmal gefragt, warum Kühe Hörner haben? Die besondere Aufgabe der Rinder als Geschöpfe ist die, nach innen in ihrem in sich befindlichen Organismus gerichtete Kraftströmung. Das Rind zeigt wenig nach außen. Es verschließt sogar sein Inneres für uns und lässt uns erst an den Umsetzungsprozessen aus dem Inneren teilnehmen. Wir nehmen von der Kuh die Milch. Wir können von der Kuh sehr viel Fleischzuwachs erwarten. Der Fetus, der im Rind wächst, der wird nach neun Monaten geboren und ist schon fertig und kommt auf die Welt. Und so lässt uns die Kuh an ihren Umsetzungsprozessen teilnehmen. Im Inneren aber laufen kraftvolle Stoffwechselprozesse wie die Atmung, Herzkreislauf und die Körperwärmeerzeugung ab. Der wichtigste Stoffwechselprozess aber, über den sich das Rind realisiert, ist die Verdauung. Dazu kannst du gern den hochinteressanten Podcast Verdauung des Rindes von 1 bis 3 anhören. Die Hornbildung spielt dabei eine außerordentlich große Rolle. Genauso wie die Klauenbildung, die ja eng miteinander zusammenhängt, die Horn- und Klauenbildung für die gesamte Gestaltung des Rindes. Durch die Hörner sieht das Rind in sich hinein. Die im Inneren ablaufenden Verdauungsprozesse sind spürbar, von der Klaue bis in die Hörner und sogar bis in die Hornspitzen. Bist du jetzt neugierig geworden? Dann höre weiter gerne zu, was ich dir über die Hörner im Allgemeinen erzähle und im Besonderen zu den Hörnern des Rindes. Die Hörner und Klauen sind haarlose Hautanhangsgebilde. Ihr Hauptbestandteil sind verschiedene Keratine, die aus faserigen, schwefelhaltigen Eiweißstoffen bestehen. Dem Träger von Hörnern das Erscheinungsbild des Rindes mit seinem rechteckigen, kastischen Körper verleiht durch die Hörner eine neue Dimension. Dass das Tier einfach in eine neue Ebene seiner Wahrnehmung gehoben wird und eine neue Dimension des Lebensgefühls bekommt zu der Zugehörigkeit mit allen Geschöpfen, zu denen sie Beziehung direkt oder indirekt, einzeln oder miteinander steht. Jetzt mal so ein kleines bisschen weiter ausgeholt. Wir Menschen haben zum Tier eine unterschiedliche Wahrnehmung, was das Tier in der Umgebung wahrnehmt und was wir wahrnehmen und empfinden. Der Mensch selber hat das Tier aus seiner ursprünglichen Umgebung herausgenommen, erhält es, domestiziert es, kultiviert, sammelt, er jagt die Tiere, er tötet und verzehrt. Die Wahrnehmung des Menschen ist grundsätzlich von der Wahrnehmung der Tiere verschieden. Das hat sich herausgestellt, indem Menschen genauer angefangen haben zu beobachten, was Tiere tun, haben das Tier in einer völlig neuen Art und Weise angefangen, wahrzunehmen, haben eine neue Partnerschaft angefangen, um das Tier als ein Wesen in seiner Würde wahrzunehmen, anzuerkennen, es zu verstehen und auf seine Verhaltensweisen zu reagieren. Die Beschäftigung und das Verständnis, was man dabei erlangt, das ermöglicht wirkliche Kommunikation, um das Tier in seiner Anpassungsfähigkeit dabei nicht zu überstrapazieren. Ich finde, es ist eine Bringeschuld von uns Menschen, der mit Tieren arbeiten will, mit den Tieren Nahrungsmittel erzeugt, das Tier selbst als Nahrungsmittel verwendet, dass er das Tier als Ganzes, als Ganzes Geschöpf akzeptiert, mit ihm lebt und respektvoll mit ihm umgeht. Jetzt kommen wir, um das mit den Hörnern später hin besser zu verstehen, zum Kuhgrundmuster. Das Kuhgrundmuster ist eine einfache, in sich ruhende Quaderform, habe ich vorhin schon gesagt, wie so ein Rechteck, die körperlich und seelisch eher unkompliziert ist. Da gehen wir nochmal in den ursprünglichen Lebensraum der Kuh, das ist die Steppe, der Wald und das halboffene Grasland. Und dort fühlt sich die Kuh am allerwohlsten. Das Quadergrundmuster wird durch die Hörner, wie ich das vorhin schon gesagt habe, in eine neue Ebene, also in die zweite Dimension, sagt man immer, durch die Schalenförmigkeit der Hörner nach oben gehoben. Je nachdem, wie die Hörner verlaufen, spielt das dann eine Rolle, wie weit die Kuh nach oben kommt. Die Kuh selber, das haben wir ja schon gehört, reagiert sich über die Verdauungsleistung. Wir als Menschen haben es geschafft, sie in der Nutztierhaltung zu der 10-fachen Milchsyntheseleistung anzuregen, durch unsere Fütterung, Haltung, durch unseren Umgang mit den Tieren. Die dazu biologisch notwendige Leistung ist, dass die Kuh immer wieder ein Kalb auf die Welt bringt, damit sie immer wieder in die Milch kommt. Und dafür braucht die Kuh ja eine aktive Zeit, um all diese Stoffwechselvorgänge ablaufen zu lassen. Kühe sind, wenn sie ruhen, dann dösen sie, und kauen wieder, bereits präsent und aktiv. Für uns sieht das sehr schläfrig aus, die Kuh selber nimmt aber ihre Umgebung vollständig wahr. Und jetzt kommen wir zu den Hörnern, die dann, genauso wie die Klauen, diese Stoffwechselleistung, die die Kuh über lange Zeit bringt, nach außen hin anzeigt, indem wir an der Hornsubstanz erkennen können, wie es den Tieren geht. Für die Klauen selber, die lassen wir heute mal aus, weil ja die Klauen am Tier dranbleiben, die Klauen gepflegt werden müssen, die Klauen für die Tiergesundheit eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, weil sie ja die Kuh tragen. Für uns sind aber heute die Hörner interessant. Und diese Verbindung zwischen den Hörnern, dem Skelett, also dem Schädel des Rindes, dieser Verbindungsraum, der ist geprägt von einem großen Innenraum, der sich immer wieder stetig wiederholt und sich in dem biologischen Rhythmus der Kuh befindet, in dem alle Stoffwechselprozesse, die wir vorhin schon genannt haben, drinnen arbeiten. Und was ganz wichtig ist für die Kuh, geht das alles mit einer sehr großen inneren Ruhe einher. Und wenn das alles gut ablaufen kann, sich dann die Kuh auch in ihrem inneren Gleichgewicht sehr harmonisch, wohlfühlt und mit sich eins ist. Und dann ist sie auch in der Lage, gesund zu bleiben und uns eine gute Stoffwechselleistung zu geben. Bevor wir uns dann nochmal ausgiebig damit beschäftigen, was das Horn an der Kuh bedeutet, mal so ein klein wenig in die Anatomie hineingegangen, dass wir ein bisschen was Allgemeines zum Horn, zum Hornaufbau, zur Hornsubstanz hören, auch vielleicht zu den Eigenschaften des Hornes, was mit Hörnern alles möglich ist. Wenn wir die Rinder schlachten, werden ja die Hörnern nachher verwertet werden können. Und natürlich auch die ganze Frage, wofür die dann verwendet werden können. Das werden wir uns jetzt mal kurz anhören. Die Hornsubstanz, die nennt man auch also kurz Horn, beziehungsweise im Lateinischen dann Cornus, deswegen unser Podcast heute Horn und Cornus, ist ein sehr hartes Material, welches von der Haut gebildet wird und hauptsächlich aus verhornten, also mit Keratin angefüllten, abgestorbenen Zellen besteht. Das eigentliche Horn ist eine Bildung der Haut, in welche ein Knochenzapfen hineinwächst, der durchblutet ist, mit Nerven versehen und mit der Stirnhöhle verbunden ist. Das Horn wächst ein Leben lang. Es bleibt also immer am Tier und es verändert sich nur in sich selbst. Wichtig ist noch zu wissen, dass diese ganz einfachen Grundsubstanzen, diese Hornzellen, schlicht und einfach nur Hornfäden sind, die dann je nach Keratingehalt dann sehr fest, sehr dünn, sehr dunkel oder sehr hell sind. Die Säugetierhaare, also auch unsere Haare auf unserem Kopf, sind schlicht und einfach Hornfäden. Genauso aus diesem gleichen Material bestehen unsere Zähennägel, die Krallen beim Geflügel, die Klauen beim Schwein, beim Rind, die Hufe beim Esel und beim Pferd, die Hörner unserer Rinder, auch beim Nashorn. Das Nashorn besteht daraus. Und wenn wir nochmal noch weiter gucken wollen, auch die Federn der Vögel, die Hornschuppen der Reptilien, die Stacheln der Igel. Die Hornsubstanz selber ist schwerer und härter als Holz und ist aber elastischer als Knochen. Horn selbst in seiner festen Substanz hat eine Reißlänge von etwa 31 Kilometer. Und die Druckfestigkeit, das ist unglaublich, beträgt bis zu 30 Kilo Newton pro Quadratzentimeter. Bis zu 3% ist Horn unter Druck circa elastisch und das heißt, dass es also sich wieder in den Ausgangszustand zurückbewegen kann. Horn lässt sich stärker durch Druck belasten als durch Zug. Wenn Horn bei Biegung überansprucht wird, dann bricht es. Es ist nicht brennbar, es ist nicht wasserlöslich. Wenn ich das Horn lösen will, dann brauche ich schon Laugen oder Säuren, um die Substanzen aus dem Horn herauslösen zu können. Man kann das Horn raspeln, sägen, bohren, schnitzen. Ja, das kann also klein gemacht werden und man kann dieses Horn als Mineraldünger nutzen. Man kann das Horn in der Herstellung von Knöpfen, Kämmen, Löffeln, Messergriffen, also Haushaltgegenständen, die man benötigt, verwenden. Es werden Schmuckgegenstände aus Horn hergestellt. Da kann man also aus dem Horn sehr viel machen. Eine sehr alte Nutzung des Rinderhornes ist das sogenannte Shofar. Das Shofar, das ist ein Blasinstrument, was am jüdischen Neujahrstag und zum höchsten jüdischen Feiertag, dem Versöhnungsfest Jom Kippur, geblasen wird. Noch einmal vielleicht beim Horn etwas dazu, wenn es als Mineral- bzw. Stickstoffdünger verwendet wird, weil ja das Horn einen ganz hohen Anteil an Stickstoff enthält, 12 bis 15 Prozent. Und die sind natürlich für den Pflanzenbauer wieder interessant, weil der Stickstoff, wenn er in den Boden eingebracht wird, das Pflanzenwachstum fördert. Dafür gibt es ein paar sehr bemerkenswerte Möglichkeiten. Die einfache Möglichkeit, die kennen sicherlich viele, weil die schon bis zum Gartencenter sich vorgeprescht hat. Das sind die Hornspäne. Die kennt jeder. Hornspäne, Klauenspäne, wie gesagt, dieselbe Grundsubstanz, die die Mineralversorgung der Pflanzen gut steigern kann. Und das setze ich zum Beispiel selber ein. Da werden die Balkonblumen mit einer Ladung Hornspäne als Mineraldünger für die Saison versorgt. Und die haben dann eine sehr gute Grundversorgung für ihr Pflanzenwachstum und für das wunderschöne Blühen während der Sommer- und Herbstzeit. Eine andere Sache, die vielleicht nicht so ganz bekannt ist, dass man ganze Kuhhörner mit Kuhfladen füllt. Das nennt man den sogenannten Hornmist oder mit dem Kuhhorn düngen. Die Hörner werden vollgefüllt mit dem Gemisch aus Kot und Stroh, aus der gesamten organischen Substanz. Und ein halbes Jahr in die Erde gelegt. Und in dieser Zeit haben sie die Möglichkeit, sozusagen zu verrotten. Und die dann dabei entstehende, wohlriechende, dunkelerdige Masse wird dann wirklich zu einem wunderbaren, superschönen Humus zersetzt. Und hier haben wir ganz viel mikrobielle Aktivität drin und können das dann den Pflanzen zur Verfügung stellen, was dann die Durchwurzelung, die Wasserspeicherfähigkeit im Boden stark verbessert. Und das ist auf jeden Fall eine bemerkenswerte Art und Weise, düngen zu können. Jetzt möchte ich euch so einiges aus der Broschüre »Die Bedeutung der Hörner für die Kuh« verlesen. Hier möchte ich einige Experten zu Wort kommen lassen. Ich werde die Zitate von landwirtschaftlichen Nutztierhaltern vorlesen, die selber mit horntragenden Kühen arbeiten, die also einen Landwirtschaftsbetrieb haben, den sie mit horntragenden Kühen bewirtschaften. Und dann, die gemeinsam diese Broschüre mit dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau herausgegeben haben. Und wie gesagt, wenn ihr neugierig seid, könnt ihr gerne im Anhang diese Broschüre nachlesen. Da die Erfahrungswerte aber in die Praxis näher sein können, als in dieser Broschüre, möchte ich das gerne verlesen, damit wir zu unserem Verständnis für die Hörner aus erster Hand Informationen haben. Was ja immer eine gute Grundlage dann dafür ist, der Sache Glauben schenken zu können, dass die Hörner einfach auch an die Kuh drangehören, um als ganze Kuh, als ganzes Geschöpf wahrgenommen zu werden und auch in unserer Nutztierhaltung Einzug zu finden. Ich zitiere jetzt einfach aus der Broschüre. Der Andi Wölle hat mal gesagt, die Hörner gehen bei der Kuh nach oben wie beim Menschen der Kopf. Da entsteht etwas Individuelles. Das hat mit Würde, Wert und Selbstbestimmung zu tun. Eine behornte Kuh ist mehr als eine enthornte. Christian Müller sagt dazu, die im künstlichen Besamungskatalog abgebildeten hornlosen Kühe werden immer vorne hochgestellt. Das macht man, weil sie sonst nicht harmonisch aussehen. Wenn man behornte Kühe vorne hochstellt, sieht es aber nicht so gut aus. Im künstlichen Besamungskatalog werden andere Bildformate verwendet für behornte Kühe als für enthornte. Der Peter Mika meint dazu, die Konstellationen am Zeugungs- und Geburtstag eines Rindes spielen eine Rolle für die Hörnerform. Eine starke Belichtung bringt hellere und lange Hörner. Hans Oswald sagt, wenn der Mond im Witter steht bei der Zeugung, hat das zur Folge, dass die Hörner des Tieres stark gerade nach oben und lang wachsen. Christian Müller, von dem hören wir jetzt wieder was, von dem werden wir auch noch ein paar Mal was hören. Wenn die Jungtiere irgendwo anstoßen, kann sich die Wachstumsrichtung der Hörner verändern. Passiert dies in der Pubertät, kann dies leicht zu einer Hornverformung führen. Ich wollte früher keine Hornführer verwenden. Jetzt ziehe ich den Jungtieren aber hölzerne Hornführer für drei Wochen an. Wenn die Hörner zehn Zentimeter lang sind, also im Alter von sieben bis acht Monaten, und danach ziehe ich ihnen die Hornführer wieder aus und die Hörner wachsen richtig schön. Andreas Leetsch meint, wenn man sich eine Hornscheide mit der Hornbasis ans Ohr hält und dann der Spitze des Hornes kratzt, hört man das ganz deutlich. Das ist der Grammophoneffekt. Die Kuh malt mit ihren Zähnen beim Wiederkäuen. Das hört sie auch. Sie hört dann in sich hinein. Die Kuh nimmt etwas wahr, was sie selber erzeugt. Hans Oswald meint, wenn die Hörner unten dick sind und gegen oben dünn wären und ausfransen, ist das ein Zeichen dafür, dass das Tier einen Mineralstoffmangel in der Jugendzeit hatte. Von Andreas Leetsch gibt's ein weiteres Zitat, Wenn man in einer harmonischen Spirale die Strecken misst, dann haben diese ungefähr die Längenverhältnisse 8 zu 5 zu 3 zu 2 zu 1. Das sind die Verhältnisse des goldenen Schnittes. Das Horn hat immer die Tendenz, spiralig zu werden. Man sieht das auch, bei den Klauen des neugeborenen Kalbes, sie sind leicht gedreht. Auch die Hufspitzen krümmen sich von, wenn sie zu lange wachsen. Christian Müller sagt wieder, das Horn ist wie ein Ausdruck der Biografie des Tieres. Physisches und seelisches manifestieren sich in der Form. Das Tier wird unter anderem wegen seiner Hörner von den anderen Tieren so wahrgenommen, wie es ist. Mit Hörnern hat die Kuh einen höheren Stellenwert und sie bekommt mehr Respekt. Hans Oswald ergänzt das noch, das Horn gibt den Tieren Gelassenheit, innere Ruhe und auch Sicherheit. Christian Müller sagt noch über seine Herde, wir hatten Phasen in unserer Herde, da waren die Hörner schön und andere Phasen war das nicht so. Kühe mit schönen Hörnern haben eher einen höheren Rang in der Herde und haben es deswegen einfacher. Weiterhin hat er noch ein Zitat, der Christian Müller, Kühe, deren Hörner nach unten gehen, sind eher depressiv. Kühe mit nach außen gerichteten Hörnern sind eher aufmüpfig. Kühe, deren Hörner nach oben gehen, greifen nicht an und werden nicht angegriffen. Ich habe Zwillinge. Bei einem Tier gehen die Hörner hinauf, beim anderen hinunter. Schon als junges Tier war das mit den Hörnern nach oben munterer und das gibt jetzt mehr Milch. Weiter geht's noch mit Christian Müller. Wenn das Horn einer Kuh zu stark riecht, dann stimmt etwas nicht mit ihr. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Horngeruch und dem Stoffwechsel. Das Horn riecht süßlich-kieselig, aber auch würzig. Man riecht so etwas sonst nirgends. Ich will nur noch die Zusammenfassung aus dieser Broschüre vorlesen, damit ihr hoffentlich ein bisschen neugierig geworden seid, was die Leute, die horntragende Tiere selbst halten, darüber gesagt haben. Die in dieser Broschüre aufgezeigten entwicklungsgeschichtlichen, physiologischen und verhaltenskundlichen Tatsachen und Beobachtungen belegen eindrücklich die Bedeutung der Hörner für die Kuh und andere Wiederkäuer. Daraus lässt sich über die Bio-Bewegung hinaus eine klare Empfehlung zur Erhaltung der Hörner ableiten. Das mal einfach so viel aus dieser Broschüre. Und wir gucken jetzt selber nochmal hinein. Wir haben nur zur Anatomie etwas gehört des Hornes, wie das Horn praktisch mit der Stirnhöhle verbunden ist, der Hornzapfen hier auch eine wichtige Rolle spielt. Und ich glaube, wir könnten uns noch etwas zum Hornwachstum anhören, zu der Art und Weise, was die Hörner für die Tiere bringen. Und das habe ich nochmal ein bisschen zusammengefasst zu allen Sinnen, die die Kuh erst mal im Allgemeinen hat. Also die fünf klaren Sinne, sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen. Und dazu kommen die Hörner, die für die Kommunikation als visueller Kontakt für ein differenziertes Ausdrucks- und Sozialverhalten der Rinder eine Rolle spielen. Und das möchte ich jetzt im zweiten Teil meines Hörner-Podcasts euch zu Gehör bringen. Die Hörner selber wachsen ein ganzes Rinderleben. Je älter das Tier ist, umso mehr Raum steht zur Verfügung im Horn. Die zeitlich ältesten Hornschichten durch Entstehung neuer Hornzellen werden immer weiter in Richtung Hornspitze geschoben. Das Horn ist am Anfang sehr ausgefüllt und späterhin wird es immer hohler, also der Raum im Horn vergrößert sich immer mehr. Es ändert sich ja auch die Hornfarbe. In der Jugendzeit ist das Horn eher schwarz, also dunkel. In der Pubertät wird es weiß, wo die ersten Hormonstoffwechselleistungen kommen beim männlichen und weiblichen Tier. Und für die weiblichen kommt dazu noch die bräunliche Farbe hinzu. Das hat dann mit der gesamten Mutterzeit zu tun, mit der Tragezeit und der Säugezeit. Da gibt es noch etwas weiteres, sehr Schönes zu hören, dass die Hornringe, die sich dabei bilden, in der bräunlichen Zone zum Kopf hin, je Tragezeit, einen Hornring bilden. Und das hängt schlicht und einfach mit den Hormonveränderungen zusammen, die die Kuh in dieser Zeit hat. In der Tragezeit, das haben wir ja schon gehört, sind ja da ganz wichtig die Hormone Östrogen, Progesteron, zur Geburt rum, kommt das Oxytocin, Prostaglandin noch dazu. Auch der gesamte Steuerungszyklus, der über die Hornanhangstrüse gesteuert wird, das Gen AH, das FSH und LH spielen hier eine Riesenrolle. Und die beeinflussen das Tier, bis hin dann, wenn das Kalb geboren ist, dann das Prolaktin als Milchbildungshormon noch dazu kommt. Und das bedeutet ja, dass immer der Stoffwechsel eine völlige Umstellung hat, beziehungsweise auch eine Belastung, die zur normalen Erhaltung des Tieres kommen. Das ist also dann seine Leistung, die er in sich bringt. Und bis jetzt sagt man immer noch für das natürliche Verhalten des Rindes, dass die Kühe ein Kalb pro Jahr bringen. Also in der Mutterkuhhaltung wird das auch so bleiben. In der Nutztierhaltung ist man dabei, dass man sagt, ein bis anderthalb Jahre sind notwendig für ein Kalb. Und das würde auch, wenn die Kühe horntragend sind, bedeuten, dass der Abstand der Hornringe weiter wird. Das bedeutet also dann eine längere Zwischentragezeit. Und das kann man an diesem Horndicke ablesen. Und die nennt man sogenannte Hornfurchen, die dann nachher gut sichtbar sind. Wenn ich dann noch zwei Jahre Jugendzeit dazu rechne, die Ringe, beziehungsweise Hornfurchen zähle, dann habe ich das Alter der Kuh. Die Hornform selber, wie wir jetzt schon auch aus den Zitaten der Experten gehört haben, die Dicke, die Form, die Drehung, das hängt einfach auch mit der genetischen Veranlagung zusammen, welche Rasse das ist, was die Vorfahren da weitergegeben haben. Dann mit dem Gebiet, wo das Tier wohnt, wie sie gefüttert wurden und den klimatischen Bedingungen. Wenn wir über die Milch reden, dann wollen wir immer gerne ein Milchzeichen sehen. Und Milchrinderrassen oder Nutzungsrassen, die für die Milch vorgesehen sind, die haben ein sehr feines Horn. Und dieses sehr feine Horn ist wieder ein Anzeichen dafür, wenn man das also sieht und fühlt, dass das Tier sehr gut in der Lage ist, seinen Stoffwechsel auf Milchleistung, auf Milchsynthese umzustellen. Ähnlich, das kennen wir auch aus der Anatomie, ist das Milchloch am Bauch oder die Fältchen an der Halspartie, die dann sehr, sehr fein sind an dem Tier. Und das zeigt uns an, dass die Kuh gut Milch produzieren kann. Jetzt mal noch weiter, weil wir ja auch gehört haben, dass das Horn zur Kommunikation innerhalb der Herde dient. Ja, die Tiere gehen also sehr respektvoll miteinander um und das Horn spielt hier eine sehr große Rolle, einen möglichst stressarmen, berührungslosen Kontakt zu erzeugen. Die Tiere sehen sich, die sind durch die Hörner, die ja schalenförmig sind, in die zweite Dimension gehoben und die können sozusagen ohne Berührung schlicht und einfach mit Drehung des Kopfes in visuellen Kontakt herstellen, der schon Respekt verleiht. Und das ist für die Rinder auch eine Sache, die das Miteinander stressarm und harmonisch gestalten kann und somit die sozialen Bindungen stärken kann oder auch soziale Bindungen brechen kann. Der Kopf des Rindes mit Horn ist ein deutlich klarer, kräftiger Ausdruck. Das Tier behält seine persönliche Würde. Das kann einfach in der Herde seine Rangstellung, sein Rangabzeichen damit auch festigen. Es kann damit anderen Tieren imponieren und es kann natürlich aber auch in der Herde zwischen den Tieren für Ruhe und Ordnung sorgen. Die Körperhaltung des doch eher rechteckigen, bisschen schwerfälligen, quadratischen Körpers und der Stellung der Hörner geben einfach dann der Körperhaltung und dem Tier einen bestimmten Ausdruck. Und das wissen die Tiere ganz genau, was das bedeuten soll, wenn die Kuh sich in eine bestimmte Richtung dreht, wendet, einfach nur den Kopf bewegt oder den ganzen Körper in eine bestimmte Position zum anderen Tier bringt. Das soll dann heißen, du kannst an mir vorbei, du kannst in meinen Distanzbereich, wir können soziale Kontakte miteinander haben, was dann häufig auch mit einer intensiven Berührung oder Körperpflege einhergeht oder es geht in das ganze Gegenteil, dass das Tier einfach einen Ausdruck zeigt, ach, lass mich jetzt in Ruhe, ich will meine Ruhe haben, ich will hier liegen und wieder kauen, ich bin mit dem zufrieden, was mich umgibt oder wenn es ganz weit hingeht, du bist mir einfach egal. Wenn es natürlich dann auch so weit kommt, dass es zu einer gewissen Verletzung des individuellen Raums kommt, dann kommt es auch dazu, dass das Tier dann schon mal anzeigt, du gehörst jetzt nie hierher und dass die Hörner auch dann eventuell sogar dafür eingesetzt werden, den anderen zu vertreiben. Dazu kommen wir aber dann nachher gleich nochmal. Mir geht es nochmal darum, was das Horn auch noch so für eine Stoffwechselfunktion in sich hat. Die Hörner selber, die sind für die Kuh ein Kühlorgan. Warum? Die Kuh selber hat eher wenig Schweißdrüsen, die hat also wenig Möglichkeiten, überschüssige Wärme aus dem Körper abzugeben, produziert aber Unmengen an Stoffwechselwärme, die abgeleitet werden muss. Bei horntragenden Kühen muss man einfach nochmal die Hörner anfassen und die Hornbasis ist immer die wärmste Stelle an der Kuh. Das bedeutet, dass die Kuh über die Hörner Wärme abgeben kann, weil wenn man dann ein bisschen weiter nach vorne fühlt, dann ist die Hornspitze die kälteste Stelle am Kuhschädel. Damit kann sie überschüssige Wärme ableiten, die beim Wiederkauen vor allen Dingen entsteht und die einfach dann auch dadurch entsteht, dass das Blut, was durch den Körper gepumpt wird, wir hatten ja schon mal gehört, wenn die Kuh ein Milchkilogramm synthetisieren will, dann muss die 500 Liter Blut durch den Körper durchsynthetisieren. Wenn wir davon ausgehen, dass sie 50 Liter Blut hat, ist das für ein Milchkilo zehnmal. Das klingt erstmal wenig, aber wenn die Kuh dann 30, 40, 50 Milchkilo synthetisiert, sind wir schnell bei 15, 20.000 Liter Blut, die durch den Körper gepumpt werden. Und was da für eine Wärme entsteht, dann spielen die Hörner eine riesengroße Rolle, diese Wärme mit ableiten zu können. Ansonsten muss der Körper das anders kompensieren, die Wärme abzugeben. Das ist schwierig. Die Stirnhöhle des Rindes und die Nasenhöhlen sind mit den Hörnern über einen Hohlraum verbunden. Damit können auch die Gase, die im Pansen entstehen, die beim Hochwürgen der Wiederkauportion mit nach oben gebracht werden und dann eventuell auch wieder ausgerübst werden, die können auch über den Hörnschädel nach oben bis in das Hörn hinein geleitet werden. Und das spielt wieder eine Rolle, das gibt einfach im Stoffwechsel auch einen biochemischen Informationsaustausch. Dann für unser anatomisch-physiologisches Verständnis noch einmal, der Hornzapfen, der ist ja für die Hornbildung verantwortlich, wie wir vorhin schon gehört haben. Weiterhin ist das Horn auch mit Nervenendigungen stark durchzogen. Das heißt also, das ist alles zu merken, was sich an der Hornbasis abspielt, dass das die Kuh auch wahrnimmt, dass sie dann auch ein Schmerzempfinden hat, wenn ihr dort Schmerzen zugefügt werden. dann haben wir natürlich eine starke Verbindung zum Blutkreislauf, also auch stark durchblutet. Und das Rind nimmt auch sehr sensil bis dort oben hin Töne wahr, das hat man ja vorhin schon gehört, wenn die Rinder beim Wiederkauen mit den Zähnen malen, die sozusagen der Resonanzraum bis in die Hörner geht, kann die Kuh das auf eine andere Art und Weise hören und wahrnehmen, als eine Kuh, die keine Hörner hat, weil einfach der Resonanzraum in anderer ist. Dann nochmal ein paar Sachen, die wieder mit der äußeren Nutzung des Hornes bei der Kuh eine Rolle spielen, dass sie bei Rangkämpfen eine besondere Stellung einnehmen und natürlich auch in der Körperpflege. Das Rind ist sehr gut in der Lage, sich mit dem Horn an verschiedensten Körperstellen zu pflegen, zu kratzen, die würde es sonst wahrscheinlich nie erreichen. Eine Sache, die ich selbst mal erlebt habe auf einer Weide war, dass Mutter und Sohn zusammen auf der Weide gestanden haben, beide behornt und die Mutter ganz eng am Kopf des Sohnes stand, also an dem kleinen Jungbullen, der blieb ganz stille stehen und die Hornspitze des Sohnes war unter dem Auge der Mutter positioniert und die Mutter kratzte sich mit der Hornspitze unter dem Auge. An so eine Stelle würde die selber nie rankommen, weder mit den Gliedmaßen oder mit ihren eigenen Hörnern und sie hat die Hornspitze des Sohnes genutzt, um sich unter dem Auge zu kratzen und da muss man sagen, da gehört ja enorm viel Vertrauen zueinander, dass man sich an so einer sensiblen Stelle am Körper mit dem Horn eines anderen Tieres, also in dem Fall des eigenen Kindes, pflegt und dass man einfach das Vertrauen hat, dass der andere dann still hält und das auch zulässt und da sind Rinder einwandfrei, sehr sensibel, sozial zueinander und halten da zusammen und da kann man sich aufeinander verlassen. Dann hat man rausbekommen, dass Rinder bis zu vier Meter einen Individualraum haben, das heißt also horntragende Rinder sind in der Lage bis zu vier Meter durch ihre Kopfbewegungen ihren Individualraum zu kennzeichnen, der um sie drum herum ist. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, ob wir unseren Rindern in der Nutztierhaltung so viel Raum zur Verfügung stellen, dass sie wirklich vier Meter Platz hätten, um einander vorbeizugehen, also in Rinderstellen für horntragende Rinder ist das auf jeden Fall möglich, können sich die Tiere aus dem Wege gehen, sonst wird sie auch zu schweren Verletzungen kommen, aber in der industrialisierten Nutztierhaltung ist das häufig nicht so und man hat rausgekriegt, dass die Tiere, die ja dann noch weniger Platz haben, wesentlich mehr in Körperkontakt treten, nämlich vier bis acht Mal mehr und dann auch sich mehr rangeln, mehr stoßen, mehr rempeln, mehr schubsen und das kann natürlich auch am Körper immer wieder zu Verletzungen führen. Jetzt muss man eins sagen und da geht nichts drüber oder drunter, wenn ein Rind mit dem Horn ein anderes Tier aggressiv verletzt, weil es vielleicht in die Distanzzone reingekommen ist, dem Rind das nie gepasst hat, die dann sehr aggressiv werden und das andere Tier verletzen, dann sind diese Verletzungen meistens sehr, sehr schlimm, also Rinder sind dann in der Lage, eine ganze Körperseite damit aufzuschlitzen und solche Unfälle will man natürlich vermeiden, das ist natürlich sehr, sehr schrecklich für das andere Tier, das kann auch mit dem Tod am Ende enden und das möchte man nicht. Allerdings sollten wir, denke ich, weiterhin darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, Haltungsbedingungen zu schaffen, wo wir die Rinder als ganze Tiere sein lassen können. Wir haben ja jetzt im Podcast einiges gehört, was ich denke mal für das Horn spricht am Tier, dass das Tier damit auch, wenn die Hörner dranbleiben, all seine Körperteile, die an das Rind dran gehören, behalten kann und wir eben, bloß weil wir das Tier nutzen, nie irgendetwas wegnehmen, weil wir die Haltungsbedingungen dazu nie liefern können, weil es ansonsten zu schweren Unfällen kommen würde, dass wir über diese Sachen nochmal nachdenken und ich hoffe, mit diesem Podcast, der nun mal was ganz extra war zu allem anderen, was dann doch wieder eher Fachstoff ist, den wir auch im Unterricht wieder benötigen, aber für mich war es persönlich eine wichtige Sache, euch über das Horn zu informieren in dem Podcast und einfach mal zum Nachdenken anzuregen, was es bedeutet, Rinder ohne Hörner und Rinder mit Hörnern als ganze Rinder zu halten und mit denen in Partnerschaft zu sein. Das war's in diesem Podcast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.